Ich möchte Sie noch fragen, wie Sie Ihre Oppositionsarbeit definieren. Es ist natürlich eine Sache, die Regierung zu kontrollieren, aber man muss natürlich auch inhaltliche Alternativen, Vorstellungen anbieten, vor allem Wechselwählern, und davon sind Sie ja abhängig. Nur zwei Prozent beträgt Ihre Stammwählerschaft. Aber wenn Sie bei großen Projekten, wie bereits jetzt in der Vergangenheit, CETA, Zwölfstunden, Tag mit der Regierung abstimmen, dann wirkt das nicht die Gefahr, dass Sie als klare Oppositionspartei gar nicht mehr wahrgenommen werden? Ich verstehe Oppositionsarbeit, und das habe ich auch in Wien so gehandhabt, dass ich sie anlege mit konstruktiver Härte. Das heißt, hart da, wo es darum geht, Kontrolle zu üben, wo es geht, aufzuzeigen, was schiefläuft. Ich erinnere hier an diesen völlig überfallsartigen Einmarschieren der Polizei durch Innenminister Kickl im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, wo man jetzt auch dieses Wochenende gelesen hat, dass Österreich komplett isoliert ist, weil der Geheimdienst jede Glaubwürdigkeit verloren hat, also eigentlich unsicherer geworden ist durch diese Wahnsinnsaktion, eine parteipolitisch motivierte Umfärbeaktion mit der Brechstange. Also da sind wir hart in der Kontrolle. Wir kontrollieren auch, wie das Steuergeld verwendet wird, das immerhin sehr hart verdient wird, aber auch konstruktiv. Ich glaube, dass sich unsere Wählerinnen und Wähler zu Recht erwarten, dass wir nicht Opposition unter Oppositionswillen machen. Und ich glaube, viele haben in Österreich einfach schon die Schnauze voll, dass nur wenn einer A sagt, der andere B sagen muss. Dass man sagt, es gibt unsere Anliegen voranzutreiben und wir haben unsere Themen am Tisch gelegt und wenn da Schritte kommen, dann werden wir konstruktiv zusammenarbeiten. Ich verstehe das schon, aber wenn man vorher ein Gesetz als Vollholer bezeichnet, dann sagt, da kennt sich niemand aus und dann noch sagt, die Qualität des Gesetzes ist katastrophal, der Prozess im Parlament ist eine Frechheit, da fällt mir fast keine Frage ein dazu, wenn dann diese Partei, die das alles gesagt hat, dem Gesetz zustimmt. Wir konnten durch unsere Kritik und wir waren ja die Einzigen, die sozusagen aufgezeigt haben, dass das parlamentarische Prozedere frech ist, weil ehrlich gesagt, sowohl die SPÖ als auch die Liste Pilz, Sie reden ja von der Arbeitszeitflexibilisierung, hätten ja bei dem Gesetz so und so nicht zugestimmt, obwohl übrigens Kern das im Plan A hatte, den 12-Stunden-Tag. Also er muss sich da schon die Frage gefallen lassen, wie populistisch er halt ist. Aber wir konnten auch durch das Aufzeigen der Fehler und der Schwäche in dem Gesetz noch Verbesserungen erwerben. Aber nicht dramatisch viel. Zum Beispiel die Möglichkeit einer echten Viertagewoche. Das ist beispielsweise für Landwirte durchaus wesentlich, also für Nebenerwerbslandwirte, dass die sagen können, okay, ich kann in Vollzeit auch in vier Tagen arbeiten, ich kenne auch Betriebe in Oberösterreich, die das betrifft, und dann sozusagen halt am Hof auch arbeiten. Also da haben wir Verbesserungen bewirkt und wir waren immer für Arbeitszeitflexibilisierung, weil sich die Arbeitswelt verändert hat. Und weil das, das hören wir auch immer wieder, nicht nur die Arbeitgeber wollen, sondern viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch heutzutage einfordern, mehr Flexibilität. Und eine Vorleistung zur Zusammenarbeit mit, schwarz-blau war das nicht, türkis-blau. Ich verstehe jetzt nicht, welche Zusammenarbeit Sie machen. Sie meinen, ich sage noch einmal, Nein, weil wir zuerst bei Wien geredet haben, Zusammenarbeit... Sie können mich jetzt wunderbar fragen, ich bleibe dabei, keine Koalition mit der FPÖ. Aber ich finde es halt auch immer ein bisschen befremdlich, dass man am Ende immer nur über die FPÖ redet. Also ganz ehrlich, keine Koalition. Das unterscheidet uns auch übrigens von der SPÖ, die natürlich sehr wohl mit Ihnen in der Koalition ist in Burgenland. So viel zur Wertigkeit, eine Angstmacherei der SPÖ in Wien. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Nein, wir arbeiten in Sachfragen zusammen, da, wo unserer Meinung nach Reformen notwendig sind. Und da braucht es noch mehr. Ja, also jetzt haben wir endlich keine große Koalition und damit einen unsäglichen Stillstand und haben in wesentlichen Zukunftsfragen, wie zum Beispiel beim Thema Pensionen... Bleiben wir bitte noch bei der Flexibilisierung vor, meine Leute. Okay, aber ich meine, das ist mir schon wichtig, weil die Pensionsfragen kommt gar nicht mehr vor. Also da werden wir zum Beispiel auch Gespräche... Sie sind ganz klar für die Flexibilisierung. Es ist aber auch klar, die Arbeit wird sich bei gleichbleibenden Arbeitszeiten auf immer weniger Menschen verteilen. Wenn jetzt Arbeitszeitverkürzungen ins Spiel gebracht werden, wie zum Beispiel von der SPÖ, dann sprechen Sie von gefährlichen Drohungen und sinnlosen Utopien. Warum zeichnen Sie da solche Horrorszenarien? Weil Sie vielleicht doch nicht mehr in der Wirtschaft sind. Nein, 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 nein. Also wir haben immer das Wir in der Wirtschaft betont. Und ehrlich gesagt, wenn ich nach Österreich blicke, wenn ich mich umblicke, wir haben 500.000 Klein- und Mittelbetriebe. Da ist der überwiegende Teil ein gemeinsames Anliegen von Unternehmerinnen und Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, nämlich, dass der Betrieb ordentlich läuft, dass dann auch gescheite Gehälter und Löhne bezahlt werden können. Man hat ja gemeinsam das Anliegen, dass es gut läuft. Und noch einmal das Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Ich höre das ganz oft auch von beispielsweise Arbeitnehmerinnen mit, die Kinder haben, dass sie sagen, ich will aber eigentlich mir das selber besser einteilen können. Und das haben ja auch ganz viele erzählt, dass die da eigentlich auch so halber, die wir gefälscht haben, die Arbeitszeit, damit das irgendwie geht. Aber das ist doch kein Zustand, wenn man dann mal mit einem halben Fuß im Kriminal steht. Und ich finde, diese Angstmache, weil die Gesamtarbeitszeit wird ja nicht erhöht und übrigens, das stimmt natürlich nicht, verzeihen Sie aber, was Sie gesagt haben, es sind immer mehr Menschen in Beschäftigung, Gott sei Dank. Und das ist auch gut so, dass es sozusagen immer mehr Arbeitsplätze gibt. Und das... Also, da ist es eben eine Farbe.